Das ist hier bei uns. Wir reden noch. Wir haben uns die Scheibe eingeschnissen. Da müssen wir jetzt durchkommen. Haben die noch helfen? Nein, nein. Bitte geh weg. Geh weg, bitte. Oh Gott, nein, bitte. Es ist gut. Ich bin Jodie. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Sie sind hier. Ich weiß, Sie sind hier. Sie müssen zum Aufzug gehen. Er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Du bleibst hier? Aber diese Dinger, die Dinger will nicht töten. Ich bin nicht alleine. Wir alle treffen den Tod allein. Der Riemanns-Schatz. Oh, doch nicht. Au. Der weg hier. Uh-ha. 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 Oh, ich bin schlecht da drin. Scheiß. Scheiß Mann. Ich sterbe hier noch. Ich lege hier drauf. Ich kassiere hier hauptsächlich. Scheiß. Das ist gruselig. Ich kassiere hier hauptsächlich. Ich kann nicht... Und ich... Uh-ha. Uh-ha. Nur mit Iden irgendwie was machen. Oh! Oh! Scheiße, Mann. Aiden. Ach, nichts gelingt. Aiden. In letzter Sekunde. Und da war es ja jetzt irgendwie... Ich habe eben noch gesagt, vielleicht reagieren die darauf, dass wir die angreifen, aber... naja. Jodie hat nicht angegriffen. Ach, gute Beine anzuhalten. So schnell weiter. Ja, das war schlimm, aber... wir müssen weiter. Und zwar hierbleiben. Das ist hier raus, verdammt doch mal! Es ist denn zu gehen durch Materien! Das müssen Sie nicht aufheißen! Sorry, das ist viel zu uns kamen. Das ist hier, das ist ein bisschen... Ich treu mal. Und zwar. Ich treu mal. Oder auch nichts. Hab dich vor. Müsste Aiden nicht die Existenzen sehen? Er ist ja selbst einer. Aber in dem Raum war nichts. Und ich hab mit Aiden nichts gesehen. Au! Oh! Nein! Ich bin so schlecht in den Pico-Klamm-Events. Hau die Shit! Puh! Weiter hier. Die Gäste sind auf keinen Fall friedlich. Die Existenzen. Ja. Lass dir helfen, Mädel. Oder auch nicht. Lass dir nicht helfen. Dann wird tot. Hoffentlich. Wenn sie noch leben, dann sind sie zu zocken. Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Ich bin nicht. Mal ob hier was ist. Sieht eigentlich nicht so aus. Aber einer hat doch gerade nichts gesehen. Aber einer hat doch gerade nichts gesehen. Und du, was gerade nehme ich jetzt. Und du, was gerade nehme ich jetzt. Dannяхh вп affectingoria where it is. Ichhh! Mööööööööööööööööööööööö Podurchs- Das ist mir jetzt eigentlich ziemlich... ziemlich funkelig ohne eine Karte Hat hier einer von den Karten? Einer von den Doktoren vielleicht? Oh, hier. Ja, hier. Ich habe eine 1. Habe ich jetzt die Karte oder habe ich sie nicht oder... Scheint aber geklappt zu haben. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich finde, dass die Karte hier friert. Irgendwas war hier. Ja. Alles kommt noch hier. Hier vielleicht. Der hier vielleicht. Der hinten. Ja. Egal. Okay. Vielleicht einmal der Wissenschaftler, die hier drun liegen. Ja. Kein Stress. Wir haben Zeit. Sieht nicht gut aus. Niemand scheint hier eine Karte zu haben. Ah, oder hier. Ja. Endlich. Wurde höchste Eiszeit. Oh, shit. Nicht schon wieder. Nein. Nein. Letzte von diesen. Uah. 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 Vielleicht war ich gefressen, ja. Auatsch. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Ab zum Schloss. Komm schon. Komm schon. Du bist hier. Nein, ich brauch dich jetzt. Geh auf, komm. Geh dabei. Ich denke, die werden früher oder später wieder aufstehen. Ja komm, noch ist die Ziemlichkeit, wir haben keine Zeit zu verlieren. Dieses Ausschotzenverdächter... oder nicht. Irgendwas passiert da, der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht, ich kann nicht! Oha, das sind die Kreaturen. Und wir wollen da mitten rein. Wir müssen irgendwie den Spalt schließen. Tatsächlich. Ein Portal zur anderen Seite. Oha. Und dann. Let's go. Und dann. Let's go. Okay, lass uns rein gehen. Ja, war klar, dass das nicht funktioniert. Das Mist, den geht nicht. Aber Aua. Let's go. Da auch was noch. Das ist nachts. Und wir wollen das nicht. Oha. Ich müsste sie doch sehen und mit denen Ich brinte ganz schnell zur Konsole Äh, ich gebe das Beste Mein Beste ist Ich finde ich beides machen muss Äh, ja Hau ab Das ist doch nicht nur Ähm Was soll man machen? Zusammen oder auseinander? Was soll ich bei dir? Was soll ich bei dir? Was soll ich bei dir? Na komm, weiter hier. Ich mach ja. Weg mit euch. Weg mit euch. Und ja. Die Leiter, halt los! Oh ja. Das ging doch unschaftlos. Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich hier oben. Ja, das Ziel ist ja auch noch. Ja. 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 Und verschwinde. Das ist mein Johnny in Ruhe. So. Treppe auf. Leiter auf. Ähm, ja. Ja. Scheiße. Äh, ja. 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 Ähm. 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 Was soll ich tun? Ja. 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 Und weg. Ja. Und weg. und und weg mit dir. Gehst du weg. Das ist mein Mensch. Das ist weg. Wenn hier jemand Jody wehtut, dann lass das ein. Der Weg, dann lass das ein. Der Weg, dann lass das ein. Der Weg, dann lass das ein. Oha! Sprung des Nunders. Ja, hoch, 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 hoch! Ja, komm. Ja, ja. Ja. Weiter hier. Zieh mich, Alter. Schließt das Portal. Dann würde ich mal gerne mit den Wissenschaftlern reden. Und sprechen. Dass die nicht wieder versuchen, so... ...zendrig zu machen. Wir sehen ja, was passiert ist. ... ... ... Das war ja immer was. Aiden? Noch da. Hayden, bist du da? Hayden! Ich dachte, du wirst weg. Jodie, ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles meine Schuld gewesen. Es war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jodie. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Porträt geschlossen in einem Geschäft. Nächsten zum Channeling übersehen. Okay. Ja, habe ich bestimmt ein paar übersehen. Von eigen gerettet. Okay, 5% wurden von eigen gerettet. Okay. Interessant. Die meisten haben es nicht geschafft. Kondensator ausgeschaltet zu 80%, 5%, dass die Alternativen nicht gerettet werden, sterben. Obtachlos. Abonniert. 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 Oh mein Gott, das wird ein grausames Kapitel. Ich weiß schon, das Aufstehen fällt schwer, das Eisigkeitscheid. Darum ist dein Telefon. Umschauen können wir uns nicht. Aber sonst auch umschauen. Ich stelle erst mal das Telefon an. Hallo? Nathan? Jodie? Jodie, wo bist du denn? Die Monster. Die sind überall. Großer Gott, Jodie, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jodie. Jodie! Das war wohl nix. Was auch immer das werden sollte. Und die Straße kann man nicht gehen. Okay. Wir sollten irgendwo mal Unterstützung finden. Mal gucken, dass wir zumindest... Wir sind hier auf der offenen Straße. Sind... Irgendwo ein Seitengast irgendwo... Ein leichten Unterschlupf. Was ist hier? Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße man! Ochen ist das. Ein Monster. Hold up. . . . Weck dir. Hey, wer ist da? Ich würde mich das einbilden. Es macht ihn mir hier an. Hier cops Quindi trzeba ihn fragen. Willkommen dann? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020